Hallo, ich bin Hans und hier ist Gretchen. Hallo. Und wir, heute, wir singen ein Lied zusammen. Bist du bereit? Ja. Also, was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Was ist mit mir passiert? Was ist mit mir passiert? Das Gefühl ist neu. Das Gefühl ist neu. Und hat mein Herz berührt. Und hat mein Herz berührt. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Mein Herz schlägt wild und laut. Ja, hat gesagt. Wir haben uns klarer durchgesehen. Genau. Und du hast mich schon so vertraut. Too much coffee. Ich umarm die ganze Welt. Umarm die ganzen Welt. Ich hab dich alles von mir gegeben. Alles, alles, alles. Ich sing den ganzen Tag lang. Ich sing den ganzen? Dieser Turb ist meiner Freund. Meine. Unser Freund. Unsere Freund. Wir sind alle Freunde hier. Ist das die rest of the song? Wir sind fertig. Fertig los. Auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Wir singen zusammen. Nächste Woche.